Wir düsen, wir düsen. Ich versuch's. Boah, jawoll. Tut drauf, Manni. Schneller geht's nicht. Wer gibt die Kiste nicht her? Kippen, Rackie. Boah. Oh mein Gott. Schießt auf die Benen. Jawoll. Ich kann es. Und weiter folgen. Mann, das sieht geil aus. Das gefällt mir. Boah. Ich seh nix. Boah, jetzt sind wieder was. Boah, das ist jetzt alles unnötig. Boah, was war das denn? Shit. Komm, gib Gas, gib Gas. Da fahren wir drüber. Komm schon. Jawohl. Und wir kommen zu euch, Jungs. Ja. Wir sind da. Wir haben es geschafft. Und jetzt geht's ab hier. Ziel erfüllt. Danke. Da tobt der Krieg unglaublich. An alle Verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hier ist ODA Foxtrot. Die Russen brechen den Angriff ab. Wir schlagen sie in die Flut. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarovs Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Reis, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir fassen am Rücken der Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarov, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Juri, Eck Späßners. Der Einzige, den ich kenne, der Makarov noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun. Oh, Price. Okay. Und jetzt sind wir Juri. Kammhubschrauber kommen über den Kamm. Wie viele sind es? Drei Herbox und vier. Nein, fünf MI-17. Kommandos seilen sich ab. Ein Schützenteam, rauf aufs Dach. Juri, Juri, hier Rüder. Okay, da bin ich. Wir müssen so zum Hubschrauber bringen. Was ist das? Wow, so kann ich nicht arbeiten. Persona non grata. Boah. Juri, geh auf die Balkonistellung. Wir müssen dem Arzt Zeit verschaffen. Wir halten den Hof im Auge. Okay. Sie sind in den Hof eingenommen. Alle aushalten. Dann treffe lieb's. Wir müssen sie aufhalten, bis wir sauf bewegen können. Oh. Oh. Au. Okay. Den haben wir auch. Da kommt anscheinend Nachschub. Wart jetzt. Den Doktor hat er nicht. Juri, wir brauchen deine Hilfe. Juri, hier rüber. Ich bin doch schon da. Oh. Komm. Boah. Geil fast. Ja. Okay. Soll dir folgen. Dann mach ich das auch. Oh. Ja. Ich folge dir doch. Oh. Sorry. Oh. Boah. Einfach mal eine Blendgranate. Oh. Tut mir leid, Price. Aber irgendwie bist du mir immer im Weg. Wo häng ich denn da? Ich muss hier auch noch in Deckung gehen. Ach ja. Und Handgranaten werfen wir jetzt auch noch. Ist schon klar. Mal da bist du. Ich seh nix. Jetzt ist er da drüben. Dann gehen wir mal da hin. Könnt er haben. Nehme mal ne andere Waffe. Oh. Bob Price. Was soll denn der Scheiß? Du bist doch ein Profi. Ich steh mir doch nicht immer im Weg. Oh. Gar nicht. Okay. Komm Price. Oh. 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 Da explodiert es wieder. Price. Kannst du nicht einen anderen Weg nehmen? Da ist schon klar. Legt euch hin und bleibt liegen. Ach. Schnell in die Deckung rein. Boah. Woher kommt der denn? Verdammt nochmal. Ah. Da ist er. Hab ich nicht gesehen. Meine Güte, ne. Hier, ein bisschen Blendgranate für euch. Oh. Wie sieht er so eine blöde Handgranate. Und guck mal, die Jungs, die sind immer in meiner Nähe. Ich meine, das ist ja natürlich eigentlich in Ordnung, aber... Die Dohle kommt zurück. Oh. Und dann kann ich nicht hochgehen. Da. Okay. Ich bin doch schon da. Ach komm, geht schon. Okay, wir sind durch. Wie geht's jetzt weiter? Schneller, Price. Wir haben keine Zeit. Aber ich nicht. Wo ist sie denn? Aha. Okay. Ich kann zwar kein Russisch. Guck mal. Nehmen wir. Juri, an die Steuerung. Ich gehe ja schon. Nikolai, wie ist Sobs Zustand? Sehr schlecht. Wir müssen ihn hier rausbringen. Juri, mach den Weg zum Heli frei. Wir sind direkt hinter dir. Okay, mal gucken. Okay. Die Minigun durchschlägt sogar Wendel. Oh ja. Jetzt kann ich hier wegholzen. Ihr solltet mir lieber aus dem Weg gehen. Geile Sache. Hach den Weg frei. Weg mit dir. Okay. Okay, Leute. Dann wollen wir weiter. Der ist erledigt. Der auf. Der auf. So. Gegner. Wo sind die Gegner? Macht euch fällisch. Juri, wir kommen nach. Halten wir weiter in Kraft. Ja, boy. Weiter zum Heli vordringen. Okay. Okay. Mach euch alle. Mach euch alle. Mach euch fällisch. Ich komm nicht weiter hier. Ich komm nicht weiter hier. Okay. Jetzt geht's wohl zu Fuß weiter. Juri, hör zum Heli. Los. Okay. Ich komm. Los. Oh Mann. Hiebstoff. Vorsicht. Boah. Boah. Oh mein Gott. Wo ist sie unten? Oh, hier sind wir noch rutscht. Okay, das war wohl die falsche Richtung. Musik. Hmm. Oh.